So, Haus 4, Aholl, schauen wir mal rein in die gute Stube, erste Sache zum erklären ist gleich der Hauptschalter, wenn Sie aus dem Haus gehen am Abend oder wenn Sie raus gehen zum Essen, nur drauf drücken, dann sind alle Verbraucher weg, außer Waschmaschine, Geschirrspüler und Kühlschrank und auch beim Fernseher, neben dem Fernseher, gibt es eine Steckdose, wo man dann das Handy aufladen kann oder Laptop und so weiter, das bleibt dann auch unter Strom, gleich die erste Sache, da haben wir gleich die erste Toilette rein, Garderobe, ist klar, ein bisschen Abstehraum für verschiedene, man kann auch Skischuhe trocknen, ist gleich hinter der Tür drin, wo man die Skischuhe trocknen kann und bitte, wenn es geht, ab diesem Punkt bitte Schuhe aus, Das sind relativ neue Chalets, die sind zwar sehr widerstandsfähig gewesen, aber es ist wie im Osten oder wo immer, da sagt man auch, die Belastungen von draußen sollten draußen bleiben und jetzt gehen wir ins Haus. Wohnraum mit Esstisch und Küche, da werden Sie Essige selber zurechtfinden, da wollen wir nicht mehr viel sagen, da können Sie die Damen besser aus. Zum Kachelhofen noch vielleicht ganz normal einheizen, am Anfang vielleicht die Tür ganz leicht offen lassen, nicht voll anlehnen und einmal abbrennen lassen. Es ist im Kachelhofen Asche drin, da brauchen Sie nix machen, weil diese Asche reduziert sich immer wieder durchs Abheizen, es wird nur zwei, dreimal im Jahr von uns gereinigt, also da brauchen Sie nix machen. Holz ist etwas Holz ist erinnert, da ist ein bisschen was Großes da, da müssen wir schauen, sonst ist es da vorm Haus und auch auf dieser Seite neben dem Haus und überall Holzstapel. Da können Sie auch holen, wo es braucht es, ja. Und da habe ich was zum Anzünder? Da sind die Anzünder drin. Super. Wenn mir die nicht reichen, die Anzünder? Einfach holen von uns. Ah nein, der sagt so. Mhm, okay. Muss man auch irgendwas einstellen? Luft? Nein, normalerweise nicht, ist das da hinten ein Luftzug, aber den lässt man nur so wie er ist. Da braucht man eigentlich nix machen. Nur wenn man am Abend dann schlafen geht, dann sollte man das, also wenn das dann abgebrannt ist, nicht nur wenn man schlafen wird, wenn es abgebrannt ist und nur mehr ein ordentliches, ein ordentliches Glut ist, dann macht man das dann zu. Und der Kachloven, das ist ein Kachloven, der hat da ein, zwei Meter Züge drin, das geht nicht nur gerade raus im Kamin, der dauert ein bisschen, bis sich er wärmt. Dafür bleibt aber dann zwölf bis sechszehn Stunden warm und wenn man noch rauskommt, heizt man wieder nach und dann hat man da eine gemütliche Wärmeerinner. Ja, das ist es. Und mit der generellen Heizung muss ich auch nix machen? Nein, warum nix machen, es sind da zwar ein paar so technische Sachen, ich erinnere, aber wenn dieser kleine Mann leuchtet, dann passt das. Und wenn es zu warm wird, braucht man nur darauf Minus gehen. Du kannst also Wasserhahn trinken, du kannst kein Flaschenwasser kaufen, das ist das beste Wasser, Privatquelle von St. Martinberg. Und dann holen wir die Flaschen hier immer an, mit den Kristallen, das Wasser wird regeneriert und die Energie von dem Kristall geht in das Wasser und das trinken wir. Also, das macht die Flaschen. Vielen Dank.